Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tales from the Borderlands. Wir stehen direkt vor dem Gottesdienststück und das schnappen wir uns mal. Das klappt bisher ganz gut. Ach echt? Für Energie? Oh, man. Okay, what are the odds that you'd find that piece, just as Fiona told that part of the story? Das ist sehr gut, ich glaube. Sure, lucky. Uh-huh. What do you want with that thing, huh? Clearly you know what happened. If I knew everything, you wouldn't be here. I'm saying I would have killed you. Yeah, we get it. Was ist da jetzt mit Riz passiert? So, weiter geht's. Oh, you made it! Awesome! Hey, so that thing you wanted me to look into? About Cassius? Yeah, um... I found out some stuff, but... I'm not exactly sure this is the best place to talk about it. Okay. Yeah, it's just that... Cassius... You've returned. And with the goddess upgrade, no less. Huzzah! I take it that you'll be on your way then? No point dawdling in a crubby, run-down facility like this. Time must be of the essence, isn't it? And you need to be off to the next part of your adventure. You do realize we're still waiting on two more. Yeah. We're not about to ditch our friends. No, right. Yeah. Of course not. Well... So nicht. Du gehst auch nicht. What happened? Um, oh, Riz just took a spill. He's totally fine. He's sick spill. Fine. Oh. Good. We learned something. About Cassius. Why are you looking at me? He works for Atlas. You lying Atlas shit! Whoa, whoa! What are you doing? Filling an obligation. Why is everyone so excited? What's happening? I knew this day would eventually come. You sure took your time. Well, your wait will soon be over. So who are you? Really? Cassius. Dr. Cassius Lucleman. I ran this facility. As far as I'm aware, I am the last remaining Atlas employee on Pandora. And you're the last to die. Wait! Why are you doing this? Because... God. Because Atlas tricked me into killing my own sister. Okay? What would you do if that happened to you? I'd burn everything to the ground. The only thing that kept me from doing that was focusing my anger to rid the world of Atlas. To avenge my sister. And that is why I have to kill you. What would I do? I'd give my revenge. She's right. How can you say that? Please. It's okay. I see now and I accept my fate. I... I don't understand. Du bist du Robata-Goddess. I wish you peace. This... This isn't right. Quiet. It just... It doesn't have to be. What? What? Oh, no. Oh, no. Oh, Fiona? Oh, toll, ey. Of course. Na. Das würde ja ein Spaß jetzt. Was macht ein Warner oben auf dem Baum? Hey, buddy. Oh, handsome. Oh, handsome. Oh, where am I? We're in a whole world of hurt, buddy boy. That's what you get for trusting your friends. You never have friends. You never get screwed by friends. That's, uh, that's my motto. Hey, kid. Remember me? Wie kann denn so eine alte Frau so eine riesen Knarre tragen? So, where's Gordas? Now you all have a habit of making me ask twice. I'd knock that off if I were you. I don't know what I'm supposed to be more scared of. The oversized piece of crap that belches fire or the rocket launcher she's holding. Good one. Is that my Gordas stuck in that loader bot? August. I got it. Are you sassing me, son? You said get it, and I said I got it. How's that sassing? It was your tone. One. My tone is of a person sick of chasing these assholes. But like I said, I got it. This is an outrage. Let me speak to your manager. Well, this looks bad. I'm just gonna go ahead and hang out in the back of your brain in case it somehow doesn't get the crap killed out of it. Peace. Toll. Do you want to be alone? Die bauen die Lone aber dauseinander. Ja, alles klar. Du hast das im Griff? Alter, die Frau wiegt das Dreifache von dir. Ich hoffe, das Auto kommt jetzt nicht auf uns zu. Hey, Raze, hier! Oh, deine Freunde können nicht hören. Oh nein, warte. Wo ist das? Hey, meine Knarre. Nein, wirklich nicht. Oh, du hast das nicht gefallen. Oh, du hast es nicht gefallen. Woopsie, sucka. Was? Du denkst, wir dumme oder was? Niemand macht das Krabbe auf mich wieder. Ich bin glücklich, dass du so bist. Ich wirklich, wirklich bin. Es wird dir so viel besser fühlen, wenn ich wieder frei bin. Hm. Confidung. Der letzte Reise des den Outlastes. Was ist das? Mann, was ist das? Du siehst was? Willst du mir einen Sekunden, Mann? Verdammt. Mann, Mann, einfach mal den Busschen, dann wird es geschafft. Ich will nur den Busschen. Ich bin der, der den Busschen wird, Mann. Was ist dein Problem? Oh, Sascha kommt. Oh, Sascha. Oh, Sascha. Sorry, Fee! Come on! Sehr gut. So muss das laufen. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ah, ich dachte, da wäre ein Pfeil drin, ey. What? Hilfe, Hilfe wäre gut. Just give me... Sehr gut. Können wir die einfach nicht mal töten? Das würde alles vereinfachen. Hey, Lauderbot, wie geht's dir? Gortys? They went that way. My thanks. Is eternal. Wait, Lauderbot, hold up! Where are you going? Well, we need to get Gortys back. You help out, Athena. I'll go drag Reese's ass out of the fire. Again. You gonna be okay? Just be careful, Sascha. Nah. Have fun out there. You too. Ja. Alles klar. Warum können die Leute nicht einfach mal zusammenbleiben? Gortys ist ganz schön schnell. Für die Erre da auch noch nachher? Oh Gott. Jetzt passt. Ich weiß nicht. Komm, wir holen Gortys zurück. Ja. Warum kann August nicht einfach mal nur geradeaus fahren? Warum fängt er denn über einen Tick-Tack? Ja. Ich weiß nicht. Komm, wir holen Gortys zurück. Ja. Warum kann August nicht einfach mal nur geradeaus fahren? Ich weiß nicht. Ich habe die Schrauben. Ich werde mich nicht verhindern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich werde mich nur mit. Mit was? Du hast ihn herausgefunden. Das ist ein schlechtes Ding! Das ist ein schlechtes Ding! Der Motorrad, wir müssen den Cutter ausziehen! Wir müssen den Cutter ausziehen! Das ist für Sie, Madame. Madame? Schau! Nevermind! Andere Weg! Andere Weg! Help me! Wir holen uns erstmal den da vorne. So. Oh, das ist eine gute Frage! August. Schade. Oh, tschüss Kumpel! So, können wir Orgis jetzt einfach mal töten? Und jetzt will ich mich ein Winzer! Und jetzt will ich mich ein Winzer!